Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Da vorne haben wir ein neues Tor, das wir schließen wollen und uns erstmal auch noch um den Dräuchel kümmern, der schnell hinüber ging. Ok, hier sind viele Daedra, sehr viele, ach du! Der Erdrischen Bogen, ja man. Kann ich den noch mitnehmen? Nein. Aber die beiden? Ach so! Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, wir müssten mal was machen, wenn wir in Scheidenhall sind. Wieder mal so ein Tempel betreten, besuchen. Ok, wir sind wieder in so einem. Alter! Kommt er an mich ran? Glaube nicht. Ja, das ist schon das Ding. Ja, das ist schon das Ding. Die Dinger explodieren schon mal. Äh, Magie reicht nicht aus. So, was hat er? Ja. Ich muss jetzt wieder mal alles reparieren. Ich muss alles reparieren. Ähm, ich glaube, ich nehme dieses Mal... So, ein paar Heiltränke. Ja, komm! Jetzt... Hör auf zu schlagen! Ich drücke... Ich drücke Schild und nicht schlagen. So, Glaspfeile. Seelenstein. Boah, wenn wir gefüllte Seelensteine finden, das ist schon echt geil. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier hoch? Warte mal. Da hinten ist ein Tor und hier ist ein Tor. Tunnel zu... Hier ist der Tunnel zur Unterwelt. So, wo rennst du hin? Wieso machst du die Waffe gar keinen Schaden? So. Aber hier haben wir einfach mal... Noch ein Tor. Wo führt das hier hin? Ach, krass. Von dem sind wir jetzt hier hin. Manche Tore sind miteinander verbunden. So. soll bitte hier hin kommen. Meine Persönlichkeit hat wieder Schaden erlitten. Na super. So. hero bout zu? Okay, die gehen mir gerade riesch, als ich einfach gesagt. so einmal kurz heilen und gucken wie viel schaden unsere sachen jetzt bekommen haben jetzt krass dass die miteinander verbunden sind so das muss jetzt reichen was für ein zauber macht er eigentlich an sich so dort nehmen wir mit dem moral angst ich hätte gern der lang schwert so 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 Der ging aber schnell da unten. Ich liebe die Sätze, die sie von sich geben. Ja super, dreimal das gleiche. Ich finde es super, dass sie dich auf der Gegenseite treffen können. Schön, dass die sich gegenseitig treffen können auch und sich gegenseitig Schaden befügen. Halskette der See? Okay, da oben kommt gleich der nächste. So, jetzt einmal wieder mit Nama überall drüber gehen. Und den Fahrstuhl nutzen. Ich glaube, die Tür... Ja, wir sind schon da. Natürlich müssen die von hier kommen. Ah, schade. Das nehmen wir mit. Das, das... Ach komm, das nehmen wir auch mal mit. Gut. 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 So. So, an welchem kommen wir jetzt? Also an welchem Oblivion-Tor kommen wir jetzt raus? An dem hier. Gut, dann will ich jetzt mal schauen, ob der hier jetzt zu ist. Also auch zu ist. Das ist nämlich jetzt die Frage, sind jetzt beide verschlossen oder nur die eine, wo wir zuletzt reingegangen sind? Aber das war auf jeden Fall jetzt interessant, dass manche Tore miteinander verbunden sind. Der Ruckler hat mir gerade sehr viel Angst gemacht. Ja, das müssen wir jetzt gleich wirklich rausfinden. Ähm. Achso. Die Nocturnal-Anbieter. Haben wir schon gefragt, wer sind denn die? Äh, nee, warte, hier ist falsch. Äh, hier. Einmal alles reparieren. Wie sieht das jetzt eigentlich hier mit den Skills aus? Schwertkampf ist 100, Blocken 66, Schwerrüstung 100, Veränderung 30, Zerstörung 37, Illusion 31, Wiederherstellung 96. Wiederherstellung sind wir echt schon fast durch. Waffe spielt bei 81, Athletik bei 65, Nahkampf 23, Beschwörung 15, Mystik 11, Akrobatik 71, So, aber jetzt den ganzen Weg hier nochmal nach Norden. Aber wirklich, ich will jetzt gleich wissen, ob das Tor jetzt zu ist oder offen. Also, dass wir da noch einmal rein müssen. Und wenn wir noch einmal rein müssen und wir, äh, da drin sind, ob das auch von der, der anderen Seite da beschlossen ist. Also, aus der Oblivion, äh, Seite, das andere Tor. Nee, es ist noch offen, okay. wer will hier Stress? Okay, also gehen wir dann noch einmal rein und versuchen es von dieser Seite zu schließen. So, bestimmt sind hier wieder die, ne, die sind, die sind tot geblieben. So, jetzt will ich wissen, ist das andere Tor jetzt zu oder Warte mal, ist das jetzt ein anderes? ist das jetzt eine andere Ebene? Also, beziehungsweise eine andere Insel. Es ist jetzt nicht dieselbe. Doch! Da ist ein Tor gezu. Es sind... Das ist jetzt zu, da hinten. Ach, wie krass. Also doch, die sind miteinander verbunden. Irgendwie. Das Tor ist jetzt verschlossen. So, nehmen wir mit. Ouch. Na du? Ja, da müssen wir lang. Okay, kleine Seelen. War hier nicht noch ein Sack? Apropos Seelen. Ich fülle das mal wieder. Passt. Hm, so. Gegen den wäre das Verschwendung mit dem anderen. So, aber hier, ähm, wo haben wir das? Da. Die Richtung, glaube ich, oder? Ne. Das hier hatten wir schon, ja. Da lang. Ja. Ich hoffe, jetzt keine Spurmatronaten. Dafür haben wir keinen Platz. Wohl nur 10 Kilo? Dafür haben wir keinen Platz. Ja, hier ist richtig. Ach so, der dritte ist Playmode. Ach du, wieso wurde der rot? Wieso ist der rot? Kann es sein, dass der ein bisschen dicker ist? Outsch. Outsch. Immer die Dinger. Es sind mir zu viele Sturmaktronaten. Okay, da habe ich nichts. Ah. So, jetzt. Mal speichern. Okay, irgendwo. Da. Ich find's krass eigentlich, dass wir den Dämonen auch die Herzen rausreißen. Den Daedra. Einmal reparieren. Und Gut, dass eigentlich Geld hier nix wiegt. Autsch. Da war ich jetzt übereifrig. Ah, wenigstens D. Ah, ja. Okay, wenigstens gefüllt. Das heißt, wir können gleich wieder aufladen. Dafür haben wir keinen Platz. Ich wechsle schon mal wieder hier drauf. Ich hoffe, da sind jetzt keine Sturmaktionachen drin. Oh, Spinnlady. Da ging's schnell. Äh. Bilden sich aber auch echt viel ein. Hier einmal knacken. Das will mich doch echt verarschen hier. Echt jetzt? Oh, ein Hammer. Perfekt. Können wir einmal alles wieder reparieren? Ja, wir können wieder rasten. Wir sind wieder aufgestiegen. Okay, Waffe ist wieder nicht genug geladen. Waffe ist eh nicht mehr geladen. Warte mal, welches davon macht mehr Schaden? Der macht 31 Schaden. Der macht nur 24 Schaden. Ich hatte das Gefühl, der macht mehr. Wir gehen direkt weiter nach oben. Im Grunde will ich hier nichts. Außer nur die Tore schließen. Und dann weiter nach Leavien. Und dann weiter nach Leavien. Ist der Gras durch nicht durchgelaufen? Ist der Gras durch nicht durchgelaufen? Ja. Hier ist die nächste Gefälle. Trau mir nichts. Ja. 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 Ich finde es krass, dass ich jetzt eigentlich hier die Dinger nur noch am Speedrun bin. Ich finde es krass, dass ich jetzt hier die Dinger nur noch am Speedrun bin. Ähm. Was ist das denn? Ach so. Ah, stimmt. Ja. Ich dachte schon, der hätte einen Bart. Hallo? Jetzt chill mal. Der hat nur die gleichen Sachen. Ich hätte gern mal jetzt jemanden, der was Neues hat. Oh, hier haben wir die Dinger ist da drin, oder? So, und jetzt ist das Tor auch endlich zu. Halt, das und das waren einfach mal dasselbe Tor, beziehungsweise dasselbe Bereich aus der Ebene. Also, da gehen wir lieber dran vorbei. Da hinten ist so. Woher kommen die ganzen neuen Tore, die hier auf einmal auftauchen? Wo? Ne, jetzt ernsthaft? Hier war vorher nie was. Jetzt ist da auf einmal auch noch ein Tor. Direkt hier an der Brücke. Es war doch hier vorher nie einer. Okay, den haben wir schon mal markiert. Ich gehe jetzt einfach erstmal weiter. Ich habe jetzt erstmal genug von Oblivientoren, muss ich ehrlich zugeben. Können wir später weiter. Aber wenn wir jetzt noch mehr auf diesem Weg finden, machen wir die dicht. Also, ähm, nur halt später. Also, wir markieren die und dann machen wir nach der Hauptquest die dicht. Da ist eine Ratte. Aber ernsthaft, woher kommen die ganzen Tore auf einmal hier auf der Straße? Die waren doch alle vorher im Westen, jetzt sind die auch im Osten? Sind einfach neue gespawnt. Tut mir leid, keine Zeit zum Reden. Ich muss diese Exemplare des Rappenkuriers... Ja, okay. Neue Kämpfergilde kennen wir schon. Kämpfen die gegeneinander? So, jetzt ist folgende Frage. Kommt da jetzt gleich ein Bandit? Ja. Zwei sogar. Ich bin zu schwer belastet. Und jetzt fallt um und verblutet. Jetzt werden wir schnell, Kinder. Warum wollt wir nicht sterben? So, komm. Ich will mich wieder bewegen. Hallo. Warten, nehmen wir mit? Leider haben die nichts Dietriches bei sich. Wieder eine Ratte. Bis jetzt sehe ich jetzt hier keine neuen Tore. Oder kommen neue Tore, umso mehr Tore ich kaputt mache. Und dann irgendwann gibt es keine mehr. Wer ist hier? Wer ist hier? Das ist jetzt Kampfmusik, aber... Das ist jetzt Kampfmusik, aber... Wo ist hier? Wo ist hier? Hä? Hä? Verdammt! Was scheitert drauf, wenn ich den nicht sehe und ich treffe? Aber ich habe keine Ahnung, wo der hier ist. Ganz ehrlich, scheitert drauf. Was soll ich da einfach jetzt Ewigkeiten ins Nichts, in die Leere schlagen? Oh, ein Kobold. Da ist wieder ein Oblivion vor. Ich markiere mir den nur. Es sind neue gekommen, auf jeden Fall. Hier war jetzt lange nichts. Ich habe einen Festung, Cedrion gefunden. Das hier? Wir sind zu sehr überladen. Und ich sehe bis jetzt noch keine neuen Tore jetzt wieder. Oh, hier war jetzt noch was. Ich werde ihn mit dem, was das bester hat. Ich sehe mich. Und ich sehe mich. Ah, mal. Ich sehe mich. Und ich sehe mich. Das. Das ist wirklich. Und ich sehe mich. Es ist toll. Und ich sehe mich. in die bären laufen sagt wir können eindeutig zu oft hintereinander schwere schläge machen okay kein tor in der nähe wir sind jetzt bei klops fort was willst du jetzt da nehmen wir mit heile muss ich noch einlagern und den bogen müssen wir noch mal zu kriorei gehen und vielleicht auch erst einmal die die dingens auch einlagern warte mal das ist doch tue weiterhin buß um die vergebung der götter zu erlangen äh ne falsche taste werden die in der priorei uns dann auch nicht mehr wohlgesonnen seien hier unsere kompanen von den ritter der neun brauchen tun wir sie ja nicht mehr fest reihe haben wir ja abgeschlossen die bären wie lange hat wie viele schwere schläge kann der denn bitte machen das ist zu viel das waren jetzt über zehn schwere schläge die er hintereinander gemacht hat das ist falsch den muss ich jetzt wieder nutzen ich hoffe es geht jetzt nicht alles kaputt wir müssen nach leer wien ne äh nicht leer wien nach chardinal und zwar ganz dringend und hammer kaufen wir brauchen ganz dringend neue schmiede hammer okay hier sehe ich jetzt wiederum keine neuen oblivion tore das da den kennen wir aber schon aber den ignoriere ich jetzt erst einmal und zwar und zwar und zwar Okay, was ist hier, das Stress will? Ach, nee. Okay, irgendjemand hat hier seine Axt vergessen. Oder es kommt jetzt ein oder zwei Banditen. Oder ein Minotaurus. Aber einer ohne Waffe. Na, hier gibt es keine Oblivientore. Einer wahrscheinlich noch vor der Stadt. Das wird aber jetzt auch erst einmal der Letzte sein, den ich das Erste machen will. Achso, ich dachte schon, die Blumen wären da ein feindlicher NPC. Ja, da ist schon der neue Oblivientore auf dem Radar. Wenn man Minimaps sagt, da. Der für Chardinal bestimmte Bedrohung ist. Ich bin auf ein Oblivientore gestoßen, das die Landschaft außerhalb der Stadtmauern von Chardinal dominiert. Und in seiner Nähe scheint einige wenige Chardinal Wachen zu patrouillieren. Ich sollte mich einen von ihnen nähern und fragen, ob ich behilte sein kann. Da kommt schon einer. Ich rate euch, nicht zu nah an das verfluchte Portal heranzugehen. Äh, das ist ein Oblivientor. Habt ihr noch nichts von diesen Oblivientoren gehört, die sich in ganz Tamriel öffnen? Nein. Bitte, erzählt mir von ihr. Ne, ja, habe ich aber. Nun, ihr wisst, wozu sie in der Lage sind. Allerdings ist nichts durchgekommen, seit Fawil hineingegangen ist. Fawil? Vor zwei Tagen durchschritt Fawil, der Sohn des Grafen Indaris, mit sechs weiteren Männern das Oblivientor. Seitdem haben wir nichts von ihnen gehört. Der Graf befürchtet das Schlimmste und hat Wachen aufgestellt, um zu melden, wenn jemand aus dem Tor kommt. Bislang gab es nichts. Nun bietet Graf Indaris jedem eine Belohnung, der seinen Sohn aus dem Tor herausbringt oder ihm seinen Tod bestätigt. Wenn ihr ihn oder den Rest der Ritter des Dornenordens findet, holt sie dort heraus. Der Graf wäre sicher auch zufrieden, wenn einer das Tor schließen könnte. Ähm, Ritter des Dornenordens? Ihr seid wohl nicht von hier, was? Die Ritter des Dornenordens sind ein paar Halodris, die sich für echte Ritter halten. Fawil gründete die Gruppe vor ungefähr zwei Jahren. Sie versprechen viel und tun sich wichtig, aber mehr auch nicht. Die echte Arbeit leisten wir, die Stadtwache. Ich möchte ja nicht schlecht über sie reden, da ihnen etwas zugestoßen sein könnte, aber an ihrer Misere ist ihre eigene Prahlerei schuld. Äh, warum wird dieses Verhalten toleriert? Es wird toleriert, weil Fawil der Sohn des Grafen ist. Ganz einfach. Er hat den Zaster und die Macht, um es zu organisieren. Die meiste Zeit sitzen sie zechend in der Taverne und erfinden Geschichten von legendären Schlachten gegen übermächtige Feinde, die sie gewonnen haben wollen. Alles Nonsens. Sie übernehmen keine Patrouille und helfen nie, einen der gelegentlichen Banditen in der Stadt zur Strecke zu bringen. Naja, ich hab eh schon zu viel gesagt. Ähm, okay, was gibt's noch über die Ritter des Dornons? Es sind ihrer sieben, einschließlich Fawil. Obwohl sie mir auf den Geist gehen, hoffe ich, dass ihnen nichts passiert ist. Ähm, und was mit Fawil noch? Fawil ist ein Dunmeer und erträgt eine stählerne Panzerrüstung. Auf seinem Schild solltet ihr das Wappen von Chardinal sehen. Nur das Beste für den Sohn des Grafen. Okay, und wegen dem Oblivientor, äh, ihr wisst schon, ich bin der Held von Quatsch. Es gibt nur einen Weg, das Tor zu entfernen. Geht hinein, sucht den Siegelstein des Tors und nehmt ihn euch. Sobald ihr ihn habt, sollte das Tor sich schließen. Ihr kehrt sicher und unversehrt dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid. Okay, der eigensinnige Ritter. Äh, noch etwas zum Oblivientor. Wir werden hier bleiben, bis das Tor geschlossen wurde, oder etwas daraus erschienen ist. Wir müssen Chardinal vor einem drohenden Angriff warnen. Okay, ähm, ich habe aber, ich muss noch eine Sache machen. Ich brauche, äh, ich muss mich vorbereiten, ausrüsten. Was sagt die Uhr? Vier Uhr morgens, okay. So, ähm, einmal kurz ein Bett mieten. Äh, ich hätte gern ein Bett. Ich habe ein Bett frei, für zehn Goldstücke die Nacht. Möchtet ihr es haben? Ja. Geht einfach die Treppe dort hinauf und nehmt die Türe auf der rechten Seite. Habt Dank. Wiedersehen. Okay, das hier. So. Äh, vier Uhr morgens. Machen wir bis acht Uhr morgens. So, hier können wir nochmal drei. Und hier können wir nochmal drei. Ähm, Geschicklichkeit und ihre gesamte Ausdauer. Zuständigen für die Fertigkeit Sicherheit, Schleichen und Schießen. Konstitution und Stärke brauchen wir nicht mehr. Ähm, Zuständigen für die Fertigkeit Alchemie, Beschwörung und Mystik. So, ähm. Glück beeinflusst alles, was sie tun, hat aber keinen Einfluss auf ihre Fertigkeit. Ich mache trotzdem mal Glück. Vielleicht finden wir dadurch mehr. Und speichern. Äh, wo ist die Tür? Da. Oh, was? Kaufladen? Ich hoffe, der hat viel Geld. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ähm. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Bogen des Blitzes. Ein exzellentes Geschäft. Ähm. Ach komm, weg damit. Kriegsachs des Feuers. Darf auch weg. Das darf weg. Das Brustharnisch. Das ist ein gutes An... Einlöckige Fertigkeit verbessert. Ein exzellentes Geschäft. Heilsamer Brustharnisch. Das ist eben, ja. Daran habt ihr viel Gold. Das ist ein echtes Schmuck. Das ist ein gutes Angebot. Also, neue Kämpfergild. Das darf sie haben. So. Mal gucken. Die hatte ich jetzt 20 Hämmer? Das war viel zu günstig. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Wieder... So. Wie viel tragen wir jetzt? So. Erst einmal. Alles reparieren. Hier sehen. Hier ein Bücherladen. Wo war noch... Der Marschreiter. War das, äh... Schmied? War mir ein... Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Wenn ich jetzt die 42 nehme, haben wir wieder genutzt. Kommt wieder und kauft bei mir einen. Auch... Auch ihr. So. Und dann noch die Kapelle einmal besuchen. Wie schön, euch zu sehen. Äh... Wo ist der Eingang? Er ist wieder da. Okay. 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 Okay, wenn wir jetzt aber in Chardinal sind, kann ich jetzt einmal zur Priorei rüberreisen. Meine Sachen da einlagern, die ich habe. Ich hoffe, die sind mir jetzt nicht böse hier oder so. Kommandant. So, ähm... Die jädrischen Bogen. Die jädrische Pfeile. So, Helm von Orain. Das nutzen wir nicht. Komm weg. Habe ich sonst noch irgendwas, das ich jetzt nicht brauche? Ich packe die erstmal alle weg. So, dann haben wir jetzt ein bisschen Platz. Und wieder zurück nach Chardinal. Zum Westtor. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. 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 Untertitelung. BR 2018